Körnel, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Ihnen hat die lange Zeit als Zivilist schwer geschadet, oder Sie lassen hier Ihr Gehirn zurück, wenn Sie starten, um Gewicht zu sparen. Wer weiß, vielleicht war Eisen zu großzügig, da konnten Sie wohl schludrige Arbeit abliefern. Wenn Sie für mich fliegen, dann bringen Sie die Maschine wieder zurück, egal wie, verstanden? Keine Ahnung, ob Ihnen das Überlaufen so schwer zu schaffen macht, oder ob Sie Ihren Verstand verloren haben. Aber ich verlange, dass das aufhört, verstanden? Die Union der Grenzwelden hat so gut wie keine Ressourcen. Nur weil es brenzlig wird, ist das kein Grund zu versagen. Ich weiß nicht, warum Sie übergelaufen sind, wenn Sie sowas abziehen wollen. Ich brauche nun mal jedes Schiff. Ich brauche nun mal jedes Schiff.